Captain Picard, wir haben endlich die Erde erreicht. Gute Arbeit, Data. Wir haben allerdings kaum noch Sprit. Und wo sollen wir dann landen? Die einzige Möglichkeit, auf der Erde zu landen, ist... Berlin-Brandenburg. Da hat doch der Wurwereit 2013 einen Flughafen gebaut. Und welches Jahr haben wir heute, Lieutenant Data? Wir schreiben das Jahr 3745. Mist, dann ist der Flughafen immer noch nicht fertig. Wurwereit, dein Flughafen ist scheiße!